Moin sind sie und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Breakforce zusammen mit Happy XD und dem lieben Dunkel 2 MTS und wie schon vorhin groß angekündigt eine, auch wenn ich schon im Baron Video angekündigt habe, ich muss es leider brechen ich befinde mich jetzt bei 1,9, wie viel waren es? 1,9, 7, 8 Mille oder so und das wäre jetzt meine Runde zu den 2 Millionen und der liebe Happy hat eine Bugmap rausgesucht, der kann man nur schleichen beziehungsweise man kann sich nicht schneller bewegen, irgendwelche Gravitationsdinger ja, das sind diese Gravitalon, keine Ahnung das ist voll kack, wo ohne Witz, da kann man nix machen ich finde das total geil ich nicht hier drauf mal Zombies spielen, Alter ich kann nicht BAM ähm, ja, ja, ist halt ne richtiges Loro-Map ja da müsst ihr euch alle holen, ja, ich weiß ja nicht wie die Map heißt, aber wie zieht sie euch die Map kommt schon seit über 2 Jahre das ist richtig geil so, alter noch 6 Minuten, dann habe ich meine 2 Millionen XP geknackt da kann ich ja einfach nur und ich bin Level 58 kann ich ja einfach nur so'n schönes Herzchen machen Och man Dunkel, ich wollte gerne, dass du mit mir zusammen die Level-Up-Runde farmst beziehungsweise Happy dann als Gast kommt, jetzt ist es genau umgekehrt naja ja, so ist es eben ja, das ist das Leben, ja egal, dass du 10 Millionen Runde seid ihr alle dabei Boah Kann man ja ruhig mal sagen, GP hat nämlich neue Frusten Ja Das tut der Happy gar nicht gut Da holt der Happy seine Reitpeitsche raus und dann geht es los, du Ich schlag dich gleich mit dir selber Warte, das kann ich auch Nein Das war die Nate Und ich entschuldige mich Leute, ähm, dass ich halt immer noch nicht ganz so fröhlich bin, so laut wie früher aber das Verbot wurde halt um ne Woche verlängert, wie schon vor dem Video gesagt und deswegen muss ich jetzt einfach mal leise sein beziehungsweise nicht nur laut reden Noch 5 Minuten Wollen wir mal nen Bettlauf machen, wer zuerst über die ganze Map kommt? Dann sind die 5 Minuten rum Alter ich bin voll gegen die Kante hier angeeckt Okay, pass mal auf Okay, ich bin genau, ich hab genau bei 5 Minuten gestartet Warte, ich mach mit Hier warte, ich fang bei 5,50 an Mit Sheet, pass auf mit Sheet Ich bin gleich drüben Ich bin auch fast drüben Jawohl, okay 25 Sekunden hab ich gebraucht Warte, ich bin bei 50 Ich hab bei 50 angefangen 29 28 Jawohl, Alter 2 Sekunden schneller Komm mal zu, warte Komm mal zu mir rüber Wenn du da bist, sag mal für nochmal ein neues Rennen Warte, das kann kurz drüben Abteil L Sehen wir, okay, gehen die Position Bei exakt 4 Minuten sprinten wir beide los, ja? On your mark Get set äh, Dings äh, GP würdest du mir mal kurz Raum und Passwort gleich schreiben? also, Veteran 3 Raum 2 und Passwort ist ähm, L-U-K-I O nee, Quatsch, L-O nee, was war das Passwort? L-O-K-I, ne? genau komm, ich bin schneller drüben als du das schaffe ich, schaffe ich komm, komm ja, er ist da, jawohl lol Witzkrieger er sieht da mal wieder, wer hier weil es der Sponkirer ist die P-Hör doch eigentlich zu benommen ja, ist einfach so schneller ok, jetzt kommt der letzte Boss gleich ah, dunkel, dann nicht wundern ey, die P-Hör doch eigentlich zu benommen ja, von mir aus ist ja nicht so schlimm hauptsache, er ist drin für die XP ok ok, letzter Boss ich hab mir grad auf Nachleid ohne Witz ok, geschafft und wie ihr seht, ich hab auch schon eine Biene durchgelassen, weil die Map so scheiße ist Map ist nicht scheiße, ey geht hier einfach nur zu langsam ich krieg dich, Junge komm, ich krieg dich warte, geh doch, renn jetzt mal weg von mir renn jetzt mal weg von mir nein verpiss dich verpiss dich, ich hab Angst verpiss dich, Junge das kann nicht wahr sein ich komm auch nicht von der Stelle, ey oh fuck, wo bist du jetzt, wo ich guck, wo du spawnst ok, dann renn ich in die Richtung ok, warte, ich renn, ich renn hier lang ich weiß grad nicht, wo lang ich rennen soll ne, ich schneide die Biene ok, renn schneller boah, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du renn, renn, schneller nein, nein oh fuck, oh fuck, oh fuck wenn du mich einfach getroffen hast, ist vorbei ok, vorbei, vorbei ach, alter du weißt genau, dass ich keine Downs möchte ach, Gott nein die Biene ist low nein, ernst ach, mein du weißt genau, dass ich keine Downs möchte als ob ja das geht immer so das geht immer so yo, wer eilt euch yo, yo, wir sind aufm Weg wir sind aufm besten Weg wir sind aufm besten Weg wir haben 3, Raum 2, Passwort, Loki Markus was Markus Suhl aha interessanter Name ja, 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 ich hab ein paar Leute mitgeschleppt na wunderbärchen was meint ihr, ob ich nochmal schaffe, Gebet zu holen hör auf nein, ich mach nix mehr ok, warte Sprintuell guck dir mal die Hacker hier an, wie schnell sie laufen können alte können wir nicht schneller laufen, oder was nö nein, wir können die ganze Zeit durchschneiden keine Ahnung, wir sind vor... es ging vorhin bei... nach 25 Minuten ging das los, wir können nicht mehr schneller laufen ach so, ach du kacke, lol ach so, ach du kacke, lol naja, besser so als nicht, also, ja guck, ich hör... ich hör... ich hör mir ja auch gerade auf We-Mail mit dir das hört hier da passiert nix komm jetzt hier, gib ihm letzten 10 Sekunden ja, wohl Junge warte, meine Biene noch es ist wieder aktiviert, schnell laufen renn jawohl, Junge boah, ich könnte dich umbringen sorry 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 so, ein Glückwunsch an Happy XD fürs Level Up jawohl und ein zweites Glückwunsch für mich für die Überschreitung von 2 Millionen XP welcher hab ich jetzt? 2.020.744 dann Leute, wir sehen uns in meinem nächsten Let's Play wieder bis dahin, haut rein, tschau